Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Martin, was haben wir die Woche? Na coole Sachen. Das ist fix. Kurz, als Anatologe. Wirklich? Ja, das tote Wahlrecht. Okay. Und tierische Modetrends. Hallo! Was war los bei Schwarz da die Woche? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich diese Pferde-Geschichte vom Kiki lese, also von der Polizei natürlich, Pferdepolizei, äh ja, Beriterne-Polizei. Beriterne-Polizei. Denke ich mir, vielleicht ist das eine Hippotherapie. Dem anschauen hat schon langsam, gell? Aber es gibt auch ein Problem dabei. Ja, was? Der Spaß kostet 64.000 Euro jetzt. Das geht auf Krankenschein nimmer. Das glaube ich auch nicht. Aber Polizei Krankenkasse? Kenne ich auch nicht. Okay. Hast du gehört, dass sich der Kurz um die Vögel kümmern soll? Um die FPÖ? Nein. Nein. Die Schwarzen? Nein, wirklich um die Vögel. Ja, genau, um Störche. Ganz konkret. Vorarlberg ja sagen, die Zugvögel. Ich glaube, das ist der Kurz schon alt genug, um sich mit den Störchen zu beschäftigen. Entschuldige. Das ist indiskret. Das kann ich nicht beantworten. Genau. Also ich habe keine Kindergartenpädagogik. Okay. Also jedenfalls, der Kurz soll sich um die Vögel kümmern. Okay. Die Zugvögel, die Störche, von Vorarlberg weg, damit die nicht erschossen werden. Bei so einem ganzen ÖVP-Jagersprinzip. Okay. Ich hätte eine Lösung. Ja? Er zieht es mit einer mit. Alles Oma Storch. Genau. Ja, und Österreich hatte den EU-Vorsitz, und wir bist denn zufrieden damit. Womit? Ja, da gab es jetzt eine Umfrage, und die Leute sind gefragt worden. EU-Vorsitz? Ja, die Leute sind gefragt worden. Und 8% haben gesagt, sehr, 41 eher, 23 eher nicht, und 10 gar nicht. Und 17% haben wahrscheinlich so geantwortet wie du? Keine Ahnung. Hat man irgendwas davon gehört jemals? Eins weiß ich. Was? 31. Dezember ist aus. Ich bin ja jede Woche immer sehr gespannt. Was gab es beim Trump? Die Woche war richtig was los. Ja? Fangen wir mal an mit Klassiker. Der Trump kennt sich aus, wie man mit den neuen Medien umgeht, und so Zeitgeistsachen. Und wie hat er das gezeigt? Er hat ein schönes Plakat in einem Game-of-Thrones-Deal ausgewieschen geschmissen, und zwar Sanctions are coming! Okay. So Winter is coming. Weil der Iran mit seinem Atomabbauprogramm da schummelt, und jetzt sagt er mit mir nicht. Aber, so gut wie er da ist, so schlecht ist er, wenn es um wirkliche Journalisten geht, und dann die einmal nachfragen. Er hat jetzt einen CNN Reporter des Weißen Hauses verwiesen, vor live, weil der wirklich die Frechheit besessen hat, und hat den Trump gefragt, wie schaut es denn jetzt aus mit der Russland-Untersuchung und dem Wahlkampf. Das ist eine Frechheit. Ein Journalist, der Fragen stellt, und kritische noch dazu. Ja, genau. Der Trump hat einen Brassigart. Aber die zentrale Nachricht diese Woche war natürlich Midterms-Elections. Die Wahl in Amerika. Während alle Medien, die schon groß und breit ausgeweidet haben, Jeden Bundesstaat Einzelergebnisse. Genau. Zeitenweise hat sich wir heute auf die wirklich wichtigen und relevanten Ergebnisse konzentriert. Wie wir es von unseren Qualitätszeitern gewohnt sind. Eben. Und da haben wir die zwei Highlights. Und zwar, es gibt den ersten offenen schwulen Gouverneur, und zwar in Colorado. Aha, wusste ich nicht. Ja, ist jetzt so. Und für mich die allerbeste Nachricht. In Nevada hat es auch Landtagswahlen gegeben. Da hat sich ein republikanischer Bordellbesitzer aufstehen lassen. Den haben sie aufstehen lassen? Der hat gewonnen. Was? Das Problem ist, er ist tot. Was denkt sie die Verliererin? Ja! Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Was hast du gelernt die Woche? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich über einen defekten Lift ärgert, ist meine Erkenntnis. Nein, da bin ich auch fix dabei. Ja? Aber wer sonst noch? Die US Navy. Die Navy? Ja. Und sie brauchen die Lifte? Die haben den teuersten Flugzeugträger der Welt gebaut. 11,5 Milliarden Euro. Der hat sicher eine Küche und ein paar Klo. Und elf Lifte. Okay. Und Olli kaputt. Jetzt müssen wir die ganzen Krempel wieder an den Hafen zurückziehen. Der Flugzeugträger ist außer Gefecht. Shit. Da wird der Ottis einen Tee gekriegt. Genau. Und du? Was hast du gelernt? Ich habe von einem neuen Mobetrend erfahren. Aha, welcher? Ja. Ein sehr kurioser. Okay. Und einer, wo wir leider nicht mitmachen können. Was? Es geht um Schwänze. Na hallo! Na keine Penisse. Ach so. Okay. Tierschweife. Okay. Wie man sich hinten aufs Popstall montieren kann. Und warum sollen wir da nicht mitmachen können? Ja, weil wir ja sitzen. Die ganze Zeit. Ich heißt, man kann ja vielleicht so lange Affenschwänze so... Oder einen Rattenschweif. Genau. Ja, aber das Problem ist, die Teile haben auch Fernbedienung. Nicht ernst. So geil. Aber bevor wir jetzt Susi abschweifen. Ja, ist besser. Genau. Haben wir noch eine kleine Nachricht in eigener Sache. Wir freuen uns mit euch gemeinsam, nächste Woche unsere 50. Episode feiern zu dürfen. Ja, so viel sind es schon. Ja. Und aus diesem Grunde würden wir zwei uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Glückwünsche auf Facebook, YouTube oder wo auch immer ihr uns seht, hinterlassen würdet, oder? Und wir werden die Besten davon vorlesen. Ja. Das heißt, ihr kommt dann in die Sendung sozusagen eingeblendet. Das wäre ziemlich cool, wenn ihr da mitmachen würdet. Unsere Zuschauer auf Okto können das auch machen. Wir werden nämlich auch die Okto-Facebook-Seite genauestens im Auge behalten. Und ein Sendeschluss ist der 14. November um 23.59 Uhr. Weil wir müssen ja die ganzen Wäschekörbe schon noch durchlesen. Und der Martin ist bei sowas sehr sehr genau. 23.59 Uhr. Um 0 Uhr ist es vorbei. Pech gehabt, seid ihr nicht dabei. Kommt in die 100. Sendung. Ja, in diesem Sinne bedanken wir uns bei unseren Okto zu sehen. Danke fürs Reinschauen. Auch hier werden wir sicher noch die 50. feiern. Ja. Aber trotzdem, danke fürs Reinschauen, habt eine schöne Woche. Und bis nächste Woche. Baba. Ciao. Und ihr lieben Internetmenschen, wie gesagt, danke dass ihr da seid, schreibt uns ein paar nette Worte, würde uns freuen. Und wir sehen uns dann bei der 50. Episode. Ciao.